Sie möchten ein sportliches Familienauto? Dann schauen Sie sich diesen Ford aus dem Baujahr 2013 mal genauer an. Der leistungsstarke Dieselmotor dieses Autos ist an eine Automatik gekoppelt. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet und das Auto ist mit nützlichen und angenehmen Extras ausgestattet. So etwa einem multifunktionalen Lenkrad, einer Geschwindigkeitsregelanlage, Sportsitzen und vorderer Sitzheizung. Auf der umfangreichen Zubehörliste stehen auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017